Harpe EU305 Zylophon und Hammerspiel Die Welt erkunden auf spielerische Art und Weise ist für die Kleinsten der einfachste Weg, um Dinge, Formen und Zusammenhänge zu verstehen und zu erlernen. Mit einem 2-in-1-Spielzeug hat das Kind noch mehr Spaß und natürlich auch noch mehr Abwechslung. Dieses Zylophon und Hammerspiel bietet dem Kind unterschiedliche Spielmöglichkeiten. Hier kann gehämmert und musiziert werden. Nach dem Hämmern rollen die Kugeln über das Zylophon und erzeugen tolle Klänge. Zum Musizieren kann das Zylophon auch herausgenommen werden und einzeln verwendet werden. Das fördert die Feinmotorik, die Hand-Auge-Koordination und auch die Fingerfertigkeit. Dieses Spielzeug gibt den Kindern eine Einführung in logische Zusammenhänge, lehrt ihnen die räumliche Wahrnehmung und auch das Verstehen von Ursache und Wirkung. Weiterhin wird durch das Zylophon das musikalische Talent der Kleinen gefördert und die Klopfbank kann natürlich auch einzeln bespielt werden. Diese Spielzeugkombination ist nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren und die Benutzung sollte unter Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden. Mit den Maßen von 30 x 15 x 18 cm findet es Platz in jedem Spielzeugschrank. Amazon-Kunden, die dieses Spielzeugset bereits ausprobieren konnten, mögen die Idee, dass hier zwei Spielzeuge in einem vereint wurden und auch einzeln bespielt werden können. Das Zylophon erzeugt eine schöne Melodie, wenn die Kugel nach dem Hämmern herunterrollt. Es handelt sich hierbei um ein stabiles Spielzeug ohne scharfe Kanten, aber mit tollen Farben. Bei Amazon wurde dieses HP EU 305 Zylophon und Hammerspielset mit dem Amazon's Choice in der Rubrik Holzspielzeug ausgezeichnet. Die Kundenzufriedenheit liegt bei 4,3 von 5 möglichen Sternen bei mehr als 225 abgegebenen Bewertungen. Ein Spielset, das Spaß und Lahn verbindet, mit dem dein Kind vielleicht schon morgen spielen kann, wenn du so gleich auf den Link unterhalb dieses Videos klickst.